Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. Heute sind wir wieder als Gruppe unterwegs und zwar zu fünft. Mit dem neuen Killer, Killer Killer Kettensäge. Jetzt sind wir gespannt, wie es ausgehen wird. Ich habe einen Hammer und eine Kettensäge. Unser Killer spielt übrigens gerade seine erste Partie, also wir hätten theoretisch gute Chancen zu gewinnen. Ja, habt ihr, würde ich mal behaupten. Ich habe noch keinen Plan für das Spiel, aber... Du bist ein richtiger Heimwerker. Heimwerker-König. Ich habe echt noch keinen Plan für das Spiel. Aber er spielt, er spielt Gott sei Dank nicht den Geist. Weil der geht dann auf den Geist. Ich kann keine Glocken läuten. Der Geist ist böse. Der Geist ist total übel. Oh, er ist schon an mir vorbeigehumpelt. Ich glaube, ich habe den Sound ein bisschen zu leise. Muss ich dann mal für die nächste Partie irgendwie anpassen. Okay. Ich habe echt keinen Plan für das Spiel. Macht nichts. Bleib einfach stehen und macht nichts. Also, was du gerade gesehen hast, war, wenn die Reparatur an einem Generator fehlschlägt. Okay. Das siehst du. Ich habe keinen Plan. Das kannst du auch nicht sagen. Okay. Ja, ist doch sonst unfair. Hallo. Hä? Ja. Na, doch. So. Lauf hier irgendwie planlos rum. Ich bin gerade an dir vorbeigerannt. What? Oh. Wie komme ich da über das Zeug rüber da? Wo sind sie? Ich höre was, aber... Ah. Da ist er. Hm. Dum-di-dum-dum. Irgendjemand habe ich erwischt vorhin. Wo ist er da, der Verletzte? Ich will was rumjammern. Da hat er Spass dran. Wo ist mein Opfer? Ich glaube, der ist schon lange über alle Berge. Dammt. Immer noch keinen Generator an. Der ist eigentlich ziemlich riesig, nicht? Das ist gar nicht gut. Jedes Mal zu Hause. Da hat er wen gefunden. Und schon down. Boah, das war voll schnell. Bist du tot, oder was? Nee, du musst sie jetzt aufhängen. Du musst sie an den Haken hängen. Du musst sie aufnehmen und einen Haken finden. Ach so. Das musst du ihm nicht sagen. Ups. Was war? D? Ad, 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 ad. Wiggel, 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 wiggel. Oh Mann. Wiggel, 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 wiggel. Ich bin so dumm. Boah, das war jetzt ja verdammt schnell. Bist du jetzt tot? Nee, nee. Jetzt stirbst du. Jetzt stirbst du langsam. Okay. Ja, ich wehre mich nicht, weil dann sterbe ich nicht so schnell. Dann könnten sie mich retten. So, jetzt probieren wir da mal das Beste, um sie zu retten. Da er nicht kämpft, so wie es aussieht. Aber er ist irgendwo da. Ich höre ihn. Ja, ich sehe ihn. Fast. Ganz. Hallo. Okay, wieso kommt jetzt schon die Spinne? Was? Du bist tot. Weißt du, das ist schon eine Spinne, oder? Oder schaut das nur so aus? Ja, sowas in der Richtung. Das ist viel zu schnell gegangen. Du hast nicht gestruggelt, deswegen hat es dich erwischt. So ein Käse. Müssen wir mal weiter suchen. Ich brauche ein neues Gerät zum Reparieren. Der Gerät. Der Gerät. Der Gerät Repariergerät. Ich glaube, ich muss wirklich den Sound ein bisschen lauter machen, ja. Damit ich noch mehr höre als nur... Oh je, da höre ich schon wenig stöhnen. Du bist schon fünfmal an mir vorbeigelaufen. Ich sehe dich nicht. Was ich auf mein Ziel sehe? Kann ich das Zeug wieder kaputt machen, da die, die eingeschaltet haben, die Generatoren? Nee. Nein. Nee. Ach. Die, die laufen, laufen, da kannst du nichts machen. Du musst uns eben vorher an den Haken hängen. Den einen vorher, den hatte ich schon fast zum Laufen bekommen, bevor ich gestorben bin. Aber bei euch, ihr müsst den wieder von vorne anfangen, oder? Nein, nein, der bleibt. Ah, gut. Ich sehe eigentlich einfach nie jemanden. Mich hast du jetzt aber schnell gefunden. Ja, du, du warst da irgendwo. Ich war ja irgendwo. Ich bin gerade versteckt, weil, weil, weil das Teil explodiert ist und ich dachte, du kommst das wieder her. Das war jetzt witzig, ne? Ja, schon. Okay. Er ist weg. Also. Ich sehe nie jemanden. Ich wollte mich gerade in einem Schrank verstecken und da war schon Hellscope drin. Die Map ist viel zu groß. Es gibt keine kleinen Maps. Nee, die sind alle etwa die Größe. Die sind ja riesig. Aber bei kleinen hätte man ja auch gar keine Chance. Nee. Ja, eben, das ist ja das Ziel. Bei den Kählen. Du hast... Ja. Okay, das war Nummer 6. Er hat sich nicht auf mich abgesehen. Auf dich? Du lebst noch. Er ist sechsmal schon um ihn vorbeigelaufen. Lalalala. Aber du lebst noch. Ich sehe niemanden. Ich blute ein bisschen vor mich hin. Habe ich dich mal getroffen? Ja, passt. Okay. Ja. Du bist gerade 30 Zentimeter an mir vorbeigelaufen. Ich laufe hier ziellos rum. Und das zweimal. Das ging mir auch so. Ich sehe nie jemanden. Ja, das ist so. Man kann sich recht gut verstecken. Aber das muss auch sein, sonst hast du keine Chance. Ey, pst. Heil mich. Ja. Wurde ich gerade. Hier kann ich sau. Heale mich. So, kommt Jungs. Letzter Generator. Sorry. Oh, Mann. Was war das? Aua. Quicktime Event vergeigt. Ja, nur so leicht. Was war das vorher? Gar nichts. Nein, hat sich... Hat ein Vogel auf dich gemacht? Oder... Ein Vogel? Er hat sich angeschissen. Hat den Kopf geschissen. Ja, schon, oder? Ja, das war das. Ja, genau. Ich wusste nicht, dass das geht. Scheisse mal auf den Kopf. In den Hals. In's Gesicht. In's Gesicht. Nein. Ihr denkt, dass ich das nicht kaputt machen. Okay, schade. Okay. Wir hätten ihn mal abgeschüttelt. Ich hoffe, ihr seid am Generatoren brödeln. Könnt schon sein. Einer von euch könnte eigentlich schon den Ausgang anfangen zu suchen. Wunderbar. Finde den Ausgang. Ja, eben. Lass das. Oh, das spiel ist so spannend. Ich bin über den Fensterraum geklettert und da lief Hightech gerade vor mir durch. Ich hab's nicht gesehen. Oh, ein Prayer klettert mir nach. Ich seh da gar nichts. Also, ich weiss ja nicht, wieso ich geht, aber ich bin dann gleich mal weg, ne? Ich auch, aber tot. Oh, das tut mir leid. Wieso? Seh ich? Ne, er hat dich gar nicht. Doch, er hat mich auf dem Rücken. Ach, hat er dich direkt weggegrappelt? Ja. Jo. Oh, scheiße. Ja, ja. So ist das Leben. Komm, Daryl, den müssen wir retten. Ist gut, mach du das. Alleine habe ich keine schon. Säge. Entschuldigung. Aber habt ihr zu zweit mehr Chancen? Ich wollte meine Säge testen. Ja, zu zweit geht's im Normalfall ziemlich easy. Ah, dann stirbt nur einer, oder wie? Ne, keiner. Also, wenn man's gut macht, stirbt keiner. Aber wie soll es gehen? Naja, aber eben. Ich würd's nicht probieren. Er schwirrt hier rum. Aber man kriegt ja auch mehr Punkte fürs Versuchen zum Retten. Jo. Echt? Ja. Oh ja, aber es ist schon zu spät, glaub ich. Die Spinne ist schon da. Ich hab's doch gesagt. Ich wusste, dass ich nicht war. Über den Ausgang. Ihr müsst den Ausgang finden. Schnell. Oh je. Ah, jetzt hängt er. Hihihi. Ich war schon mal am Ausgang. So ist es nicht. Hat er dich? Ja, dann geh auch raus. Also, ich bin in Kommen, aber ich konnte nicht Hellscott helfen. Ähm, helfen. Okay. Dann Richtung Ausgang. Ich war auch da. Wo auch immer der ist. Ich war direkt dort. Davor, ja. Ich bin dann gleich mal weg hier. Jo. Tschüss. Tschüss. Ja, ihr habt's geschafft. Ihr habt's geschafft. Widerstand bis zum nächsten Mal. Ah, wir haben's geschafft. Sehr gut. Zwei gegen... Zwei tot, zwei überlebten. Okay, ist ein fairer Trade-off. Ja, immerhin. Kann man auch so einen Cheat ansehen. Kann man auch so einen Cheat ansehen, genau. Ja, ich würde nur sagen, das war's wieder für diese Folge. Wenn euch das Ganze gefallen hat, schaut das nächste Mal wieder rein. Liken, Subscribe, Abonnieren und Kommentieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. 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 Tschüss.